In Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8 finden wir eine wirklich erstaunliche Geschichte. Als sich die Jünger, die mit Jesus im Boot über den See Genezareth fahren, nicht mehr helfen können, da erwacht Jesus aus seinem Schlaf, er hätte nämlich einfach verschlafen. Aber die Jünger, die waren in großer Gefahr und als sie dann sagen, ja, ist es dir denn komplett egal, dass wir hier gerade ersüppeln, da wacht Jesus aus seinem Schlaf auf, naja, und redet mit dem Sturm. Er sagt ihm, sei gefälligst still. Und was tut der Sturm? Der gehorcht auch noch. Das bedeutet, dass in dieser Geschichte ganz klar impliziert wird, dass Jesus als göttliches Wesen, als Gott im Fleisch, Macht auch über die schlimmsten Naturgewalten hat. Jetzt könnten manche Skeptiker natürlich sagen, ja, das ist doch alles nur ein albernes Märchen. Das ist es auch, was man heute oft zu hören kriegt. Doch stimmt das überhaupt? Die meisten Skeptiker gehen ja ziemlich unseriös an Wunder heran. Denn während die Frage nach den Wundern eines jüdischen Wanderpredigers im 1. Jahrhundert eine historische Frage ist und keine bloße Glaubensfrage, meinen die, sie wüssten, dass es keine Wunder gäbe. Sie haben nämlich selbst noch keins erlebt. Also muss das natürlich alles erfunden sein. Der Historiker geht jedoch anders vor. Der Historiker sagt sich, okay, wir haben auch eine reelle Chance, dass diese Quellen, wenn sie an historischer Tatsache interessiert sind und laut Lukas 1 sind, dass die neutestamentlichen Evangelien, dass wir es hier mit historischen Berichten zu tun haben. Und dann können wir nicht sagen, das kann nicht sein, weil ich nicht an Wunder glaube, sondern ich muss untersuchen, ob das stattgefunden hat. Wenn es stattgefunden hat, muss ich daraus meine Schlüsse ableiten und womöglich meine vorgefasste Meinung auch revidieren. Und wenn es nicht stattgefunden hat, würde das immer noch nicht bedeuten, dass die anderen Wunder Jesu nicht historisch wären und es würde auch nicht bedeuten, dass Wunder generell nicht existieren. Aber die historische Frage, nach dem Stillen des Sturms durch Jesus, müssen wir uns unabhängig und separat von diesem Verdacht, es gibt Wunder oder es gibt keine, ansehen. Eine historische Analyse dürfte nämlich zeigen, was wahrscheinlicher ist. Sollten wir annehmen und ist es vernünftiger, dass sie historisch sind? Oder können wir das beiseite schieben? Nun ist es so, dass die Geschichte von Jesus, der den Sturm stillt, wie wir bereits angesprochen haben, in mehreren Quellen bezeugt. Das bedeutet, das Kriterium der Mehrfachbezeugung ist schon einmal erfüllt. Denn bezeugt wird diese Geschichte durch Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8. Matthäus und Markus stammen von Augenzeugen. Wir haben festgestellt, dass der Apostel Matthäus es war, der das Matthäus-Evangelium abgefasst hat. Dafür sprechen interne wie externe Indizien. Und das zeigt, dass jemand, der direkt damals dabei gewesen ist, es war, der das Ganze aufgeschrieben hat. Dann haben wir Markus. Der war der Dolmetscher von Petrus. Und Simon Petrus, naja, wir erinnern uns düster, das war ebenfalls einer von Jesu Jüngern. Und dieser Simon Petrus, der hat ihm offensichtlich einige Informationen zugespielt, beziehungsweise hatte Markus diese Informationen aus den Predigten des Apostels Petrus. Und daraus können wir schließen, dass diese zwei Quellen schon einmal direkt auf Augenzeugenberichte zurückgehen. Bei Lukas finden wir bereits in seinem Prolog in Kapitel 1 als seine Worte, mit denen er das Ganze überhaupt einführt, für einen gewissen Theophilus. Und da sagt er ganz klipp und klar, dass er hier Augenzeugenberichte mit äußerster Sorgfalt aufgeschrieben hat. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass Lukas ernst genommen werden möchte, als historischer Bericht und nicht etwa als Märchenbericht. Das sehen wir auch daran, dass Lukas sehr penibel genau beschreibt, was die damalige soziokulturelle Lage war und geografisch und topografisch korrekte, durch Archäologie verifizierte Angaben macht. Das zeigt, dass die Geschichten, die er erzählt, in einen historischen Kontext eingebettet sein müssen und nicht irgendwelche Märchen sind. Und da könnte man natürlich wieder mit dieser blödsinnigen Argumentation kommen, von wegen, ja, Spider-Man-Fallacy. Aber mit der Spider-Man-Fallacy hatten wir uns ja bereits auseinandergesetzt. Denn es ist nämlich etwas anderes, ob ich jetzt hergehe und sage, hey, wir haben von mir aus den Spider-Man-Comic, der spielt in irgendeiner historischen Stadt und in dieser Stadt, naja, da sind gewisse Dinge erwähnt. Ja, wie zum Beispiel irgendwelche bekannten Sehenswürdigkeiten. Nur ist es so, dass diese Comics in einer Zeit geschrieben wurden, in der man über Internet und Suchmaschinen wie Google leicht an die Information kommen kann, ob da in New York irgendetwas Bekanntes steht oder ob in Paris der Eiffelturm steht oder nicht. Das bedeutet, dass das keine Besonderheit ist. Was aber die Besonderheit ist, ist das Genre. Und das Genre zeigt, dass das als fiktionale Erzählung verstanden werden muss. Und dass da fiktive Personen darin spielen. Die Evangelien an sich sind in ihrem Genre gräko-romanische Biografien der Antike im ersten Jahrhundert und haben auch stilistische und interne Hinweise auf diese Schlussfolgerung. Und noch etwas, da spielen nicht nur an historischen realen Orten, sondern auch reale Personen mit. Das bedeutet, das ist in einem historischen Kontext eingebettet. Und gewisse Ereignisse wie das Erdbeben bei Matthäus oder die Kreuzigung Jesus finden sich auch in außerbiblischen Quellen auch von Leuten wie Tacitus als selbstverständlich anerkannt. Und was wir des Weiteren feststellen, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ist nicht nur, dass wir auch außerhalb der Evangelien Augenzeugen Bestätigungen haben, wie zum Beispiel durch Paulus, sondern, dass die Evangelien, die als gnostische Apokryphen bezeichnet werden können, die viel später im zweiten Jahrhundert oder dritten Jahrhundert oder vierten Jahrhundert oder noch weiter entfernt geschrieben wurden, zwar den Anspruch erheben, dass sie von Thomas geschrieben wurden oder von Petrus oder gar von der heiligen Jungfrau Maria oder von Maria Magdalena. Aber was finden wir darin? Wir finden nur Nacherzählungen, die abhängig sind vom Neuen Testament. Das ist Nummer eins und Nummer zwei ist die Beobachtung, dass wir es dann mit Quellen zu tun haben, welche geografische und historische schwerwiegende Fehler machen. Und das beste Beispiel ist ja dieses islamisch verbremte Barnabas-Evangelium, das ja angeblich so weit zurückreicht. Das Problem ist allerdings nur, dass dort schwerste topografische und historische Fehler sind, wie zum Beispiel Routen, über die Jesus mit dem Boot gefahren sein soll, wo gar keine Seen waren. Routen, die Jesus gegangen sein sollen, wo gar keine Routen existieren. Lauter solche Geschichten. Das finden wir in den Evangelien nicht. Warum? Weil sich diese Leute auskannten. Weil das nicht in jeder Bibliothek war, dass man sich da informieren konnte, was war wo. Ja. Und dazu werden wir auch noch kommen. Die kleineren Darstellungsunterschiede. Die sind nicht bloß auf mechanisches Abschreiben zurückzuführen. Denn wäre das Ganze einfach voneinander abgeschrieben und kopiert worden, so würden wir eine Sache erwarten. Nämlich die Tatsache, dass wir, wenn wir, ähm, wenn wir direkte Kopien haben, im Wortlaut übereinstimmende Darstellungen haben. Wir haben unterschiedliche Darstellungen, die aber im Kern übereinstimmen. Und wir haben Jesus, der etwas unterschiedlich paraphrasiert wird, aber im Kern immer noch sinngemäß exakt das gleiche sagt, wie in den anderen Quellen auch. Das bedeutet, der übereinstimmende Kern und die Detailvariationen sprechen ganz klar für ein historisches Ereignis, das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird, aber gegen ein bloßes mechanisches Abkopieren. Da sind wohl mehrere Interpretationen, mehrere Augenzeugenberichte, mehrere Perspektiven und mehrere Traditionen mit eingeflossen. Die kontextuelle Plausibilität und die historische Korrektheit hatten wir bereits angesprochen. Das ist ganz einfach, denn der See Genezareth befindet sich inmitten von Bergen. Kalte Strömungen und warme Luftmassen treffen hier zusammen. Was ist das Resultat? Plötzliche Wetterumschwünge und Stürme, insbesondere in den Wintermonaten. Das bedeutet, dass dies extreme Wetterphänomene sind, die wir bei diesem See Genezareth ganz klar erwarten würden. Und genau dies wird in den Evangelien topografisch korrekt beschrieben. Das bedeutet, die Beschreibung der Umstände des Sturms, der hier aufgetreten ist, da haben wir es ganz klar mit Ereignissen zu tun, welche topografisch typisch gewesen sind. Wir erinnern uns nochmal, wenn wir ins Barnabas-Evangelium schauen oder in die anderen Apokryphen-Evangelien vom 2. Jahrhundert bis später, dann stellen wir immer fest, dass da teilweise falsche geografische Angaben gemacht werden, gar keine solchen präzisen wie in den Evangelien. Stattdessen finden wir in den im ersten Jahrhundert entstandenen neutestamentlichen Evangelien, die auch deswegen hineingekommen sind, weil es frühe Augenzeugenberichte sind und nicht, weil der Kirche irgendetwas irgendwann mal nicht gepasst hat. Das waren Texte, die in diesem damaligen Kontext entstanden sind und deshalb sind sie auch reingekommen. Die Frage ist jetzt nur, schauen wir uns die Evangelien an, was finden wir da? Naja, da finden wir eben solche Beschreibungen, die wir in anderen gnostischen Evangelien nicht finden, die wir in späteren Evangelien nicht finden, die wir in späteren Quellen nicht finden, nämlich Angaben, topografisch, soziokulturell, was auch immer, immer korrekte verifizierbare Angaben, die sich als richtig herausstellen und vor allem die sich als exakt herausstellen, was aber nur dann sein kann, wenn diese Quellen entweder Augenzeugenberichte darstellen oder auf Augenzeugenberichten basieren, anders gibt es so etwas nicht, denn wir haben damals keine bloßen Bibliotheken, wo man mal schnell irgendetwas nachschlagen kann und wir haben auch nicht das Phänomen in anderen Quellen, die zwar gerne wären, was die neutestamentlichen Evangelien sind, es jedoch noch nicht einmal suggerieren können, weil sie an topografischen und historischen soziokulturellen Plausibilitätsfragen einfach scheitern. Und das ist auch der Unterschied zwischen den neutestamentlichen Evangelien und diesen Quellen und anderen. Und dass der Segenezerit mit seiner Lage tatsächlich zu solchen Wetterumschwüngen neigt, das ist wiederum ein topografisch richtiges Phänomen, das wir in dieser Geschichte in den neutestamentlichen Evangelien festgehalten finden. Die authentische Widerspiegelung der Emotionen der Jünger ist eine, mit denen sich jeder Mensch identifizieren kann, weil jeder Mensch genau weiß, dass man so reagiert, wenn man in einem Sturm ist. Denn die Jünger, die fallen dann nicht zu Boden und beten Jesus an und die große Gottheit erhebt sich dann und stillt den Sturm, sondern die Jünger bekommen erst einmal Panik. Die bekommen große Panik und Jesus ruft sie dann sogar noch dazu auf, ja Leute, habt ihr denn überhaupt gar kein Glauben, habt ihr kein Vertrauen? Und sie hat dieser Glaube oder dieses Vertrauen insofern verlassen, dass sie natürlich gerade panische Todesangst hatten und wahrscheinlich noch nicht mal klar denken können und sogar zu Jesus sagen, hey ist es dir egal, wenn wir hier sterben, du schläfst hier gerade. Das bedeutet, diese Reaktionen sind aus einer tiefen Panik heraus zutiefst menschlich. Das Wichtige dabei ist, dass sie nicht konstruiert, ad hoc oder gekünstelt wirken, sondern dass man sich, wenn man sich in diese menschliche Natur hineinversetzt, einfach aufgrund der eigenen Natur ganz klar feststellen kann, dass das nicht gekünstelt ist, sondern dass das eine authentische Widerspiegelung der Emotionen ist, sodass die kontextuelle Plausibilität und historische Korrektheit auch psychologisch hier gegeben ist. Und danach, wenn Jesus direkt sagt, der Sturm solle Ruhe geben, ja, und dann wird das auch tatsächlich so sein, dann haben wir wiederum ein Phänomen, welches dann nicht natürlich erklärt werden kann, weil ein Sturm nicht plötzlich aufhört, sondern langsam sich legt, ja, wenn er denn gerade angefangen hat. Aber die Tatsache, dass dieser Kontext in eine Plausibilität und eine historische Korrektheit eingebunden ist, das spricht für sich, denn wenn in, noch einmal, wenn im Barnabas Evangelium von Miras oder in irgendeinem anderen Evangelium von irgendwelchen Reiserouten Jesu die Rede ist, dann finden wir dort schwere topografische Fehler. Doch wenn du nicht weißt, wie der See Genezareth liegt, wenn du nicht weißt, was daraus für topografische Phänomene resultieren, wenn du dich mit Meteorologie nicht auskennst, naja, und auch keine Lehrbücher zur Verfügung sind, dann musst du halt in gewisser Weise auch dabei gewesen sein, musst du vor Ort gewesen sein, musst dich mit den Ortschaften auskennen, naja, und musst halt irgendwie auch Kontakt zu den Augenzeugen gehabt haben, die das Ganze dann tatsächlich erlebt haben, ja, und insofern haben wir ganz klare Indizien dafür, dass wir daran glauben können, dass es passiert ist, ja. Auf der einen Seite haben wir die Mehrfachbezeugung durch glaubwürdige Quellen, und auf der anderen Seite schildern uns diese Mehrfachbezeugungen zwar unterschiedlich teilweise, aber eben doch wieder übereinstimmend das Gleiche, und das Ganze auch noch in einer historischen und kontextuellen Plausibilität und Korrektheit, sodass wir sagen können, naja, du kannst natürlich ideologisch vorgefasst sagen, dass es keine Wunder gibt, doch wenn du das Ganze historisch untersuchst und zu einem gewissen historischen Urteil kommst, dann zählt plötzlich nicht mehr, was du denkst, sondern dann solltest du vielleicht mal darüber nachdenken, dein Urteil zu überdenken. Und dein Urteil war von Fakten abgekoppelt, jetzt wo gewisse Fakten vorliegen. Vielleicht muss man da manchmal umdenken. Das Natürlichste des Menschen. Denn Irren ist bekanntlich menschlich. Was aber nicht menschlich ist, ist, dass Jesus Macht über den Sturm hat. Das zeigt nämlich, dass er sowohl Mensch ist, als auch Gott. ausgesucht. Was aber nicht